Zwei Bundesliga-Stars fliegen, Chaka verliert die Nerven. Doch in den letzten zehn Minuten überschlugen sich die Sese und jene Ereignisse. Lange passierte nebst Dänemark und der Schweiz wenig. Deutscher Schiedsrichter kam mit dem Kartenverteilen selten noch hinterher. Bei dieser Partie kochten die Sese und jene Emotionen darüber hinaus. Am ersten Spieltag der Nations League ging es nebst den EM-Teilnehmern Dänemark und der Schweiz hübsch zu der Sache. Mittendrin waren zwei Schweizer Bundesliga-Profis und ein deutscher Schiedsrichter. Am Schluss verteilte Refrey Daniel Siebert achtmal gelb, eines schönen Tages gelb-rot und eines schönen Tages rot. Dabei verlief die Sese und jene torlose erste Halbzeit in dem Kopenhagener Parkenstadion mit schon einer gelben Speisezettel für den Dänen-Kronbeck relativ ereignislos. Los ging es mit Start der zweiten Halbzeit, nach Gelb für Wittmer, 47. Am 15. flog Gladbach-Verteidiger Nico Elwedi auf Schweizer Facetten hinter einer Nothaltschalter von dem Platz, 52. Diese Abstimmung brachte die Sese und jene Schweizer zum ersten Mal in Wallung. Denn, Siebert hatte zunächst auf Gelb und Elfmeter entschieden. Nach studierender Videobilder entschied er aber auf Rot und Freistoß, da er dasjenige Foulspiel von Elwedi an Dolberg vor dem Strafraum verortete. Die rote Speisezettel ist ein Riesenskandal, wetterte Kapitän Granit Chaka. Chaka, die rote Speisezettel ist ein Riesenskandal. Der Schiedsrichter geht raus und sieht sich an dem Bildschirm schon einen Bereich der ganzen Lage an, so etwas habe ich bis auf den heutigen Tag nicht erlebt. Was er meinte, Elwedi war in der Bühne sogar an dem Trikot gezogen worden. Welches aber aus Chakas Aussicht fälschlicherweise nicht mit in die Sese und jene Abstimmung einfloss. So war entluden sich die Sese und jene Emotionen hier in einer hitzigen Schlussphase, in der es drunter und drüber ging. Impulsgeber war der Führungstreffer der Dännen, den der erst 19-jährige Patrick Dork mit seinem ersten Ballkontakt in seinem ersten Länderspiel dasjenige 1 zu 0 erzielte, 82. Mit dem Werden des Treffers waren die Sese und jene Besucher generalisierend nicht einverstanden. Ihr Stürmer Breel Mbolo lag hinter einem Duell mit Gegenspieler Westergaard auf dem Boden, in der Folge dieser ihm ungewollt auf die Sese und jene Hand getreten war. Statt den Ball in das Aus zu spielen, spielte Dänemark weiter und erzielte dasjenige Tor. Das brachte die Sese und jene Schweizer wieder auf die Sese und jene Palme. Chaka und Co. nahmen sich die Sese und jene aus ihrer Aussicht und fähren Dänen zwischen deren Torfeierlichkeiten zu der Brust. Es kam zu der Rudelbildung und zu Schubsereien, in deren Herbeiführung der deutsche unparteiische drei Schweizer und zwei dänische Spieler mit Gelb bedachte. Leverkusen-Profit Chaka polterte anschließend, im Fußball wird dasjenige Datenwort Ehrfurcht durch und durch groß geschrieben und welches diese und jene Spieler von Dänemark leider heute geleistet haben. Wir waren, glaube ich, vorbildlich in der ersten Halbzeit. Hatte nichts mit Ehrfurcht zu tun. Sie tätigen dasjenige in der zweiten Halbzeit nicht, wir kriegen in der Folge dasjenige 0 zu 1. Da lag einer von ihnen und wir schießen den Ball raus. Schade, dass wir in dem Jahr 2024 noch darüber hinaus Ehrfurcht reden müssen.